Hallo ihr Lieben, in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man mit den binomischen Formeln rechnen kann. Es gibt ja drei Stück, die man hier auch sehen kann. Wir schauen uns die Formeln gleich an und rechnen dann aber auch ein Beispiel zu jeder dieser Formeln. Die erste binomische Formel erkennt man daran, dass man hier so eine Klammer zum Quadrat hat und in der Klammer stehen zwei einzelne Teile, die mit einem Plus getrennt sind. Dann kann man diese Klammer eben auflösen, indem man diese Formel anwendet. Die schauen wir uns gleich im Detail beim Beispiel dann an. Die zweite binomische Formel ist sehr ähnlich. Man hat auch so eine Klammer zum Quadrat, aber diesmal steht kein Plus zwischen diesen beiden Teilen, sondern ein Minus. Das A steht immer für den ersten Teil in dieser Klammer, das B für den zweiten Teil in der Klammer. Also da können alle möglichen Sachen stehen, aber die Formel sagt dann immer, nimm das erste und quadriere das oder hier hinten nimm das zweite und quadriere das. So ist diese Formel zu verstehen. Und die dritte, das ist jetzt so eine Mischung aus diesen beiden, dann hat man nicht mehr dieses Hoch 2, das fällt weg, wie wir hier sehen. Wir haben zwei einzelne Klammern, die einmal mit einem Plus verbunden sind, hier vorne in der ersten Klammer und in der zweiten Klammer haben wir ein Minus. Das kann auch andersrum sein, also dass das Minus zuerst hier vorne steht und dann das Plus, also das ist egal, wie rum die stehen. Aber wichtig ist, einmal muss ein Minus drin sein und einmal muss ein Plus dran sein. Also es muss eine Mischung aus diesen beiden ersten sein. Und dann gehen wir jetzt einfach mal an die Beispiele ran. Die erste binomische Formel, da steht sie wieder und wir sollen diese Klammer hier auflösen. Wie schaffen wir das? Na ja, schauen wir mal. Die Formel sagt, hier vorne haben wir ein A, das sollen wir jetzt quadrieren. Also was ist bei uns der erste Teil? Das Plus, haben wir gesagt, trennt diese beiden Teile. Also alles, was vor dem Plus steht, ist mein A sozusagen in der Formel. Und alles, was hinter dem Plus steht, ist mein B. Also das Plus trennt A und B sozusagen. Und jetzt gehen wir mal ran. Was sagt die Formel? Wir sollen A quadrieren. Also mein A ist alles, was vorne dran steht. Das ist dieses 3x. Und das sind jetzt zwei einzelne Teile, weil da steht ja 3 mal x. Das soll insgesamt quadriert werden. Also setzt da ruhig eine Klammer erstmal drum rum und quadriert es dann. Das schauen wir dann gleich, wie wir das dann wieder auflösen. Das war der erste Teil. Dann kommt laut der Formel ein Plus. Zweimal A mal B. Also zweimal der erste Teil, diese 3x, multipliziert mit dem hinteren Teil, mit der 4. Dann kommt wieder ein Plus. Bei der ersten kommt überall immer ein Plus. Dann wird der hintere Teil quadriert. Also ihr schnappt euch alles, was hinter dem Plus steht. Das ist jetzt bei uns nur die 4 und quadriert das. Und das ist schon jetzt die binomische Formel gewesen. Jetzt geht es nur noch daran, das ein bisschen zu vereinfachen. Also die Klammer hier aufzulösen. Da müssen wir alles quadrieren, was in der Klammer ist. Das heißt 3 zum Quadrat. 3 mal 3 sind 9. Und x zum Quadrat plus, jetzt wird gerechnet, 2 mal 3 sind 6, mal 4 sind 24 und das x noch hinten dran. Und da hinten hätten wir 4 zum Quadrat. 4 mal 4 sind 16. Und schon habt ihr eure Klammer aufgelöst. Man hat jetzt das Gefühl, das dauert unglaublich lange. Aber wenn ihr da drin geübt seid, dann geht es ratzfatz. Dann schreibt man auch nicht mehr alles so hin, sondern rechnet direkt aus. und schreibt es in einer Zeile dann hin. Das ist die erste binomische Formel. Die zweite ist sehr ähnlich, haben wir eben gesehen. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass hier ein Minus dazwischen ist. Also sehen wir hier auch in unserem Beispiel, wir haben hier eine Klammer hoch 2 und da ist ein Minus zwischen diesen beiden Teilen. Und da ist die Formel fast identisch zu der ersten binomischen Formel. Nur hier steht ein Minus. Ansonsten ist alles andere gleich und deswegen kann man sich die so schön merken und wir gehen das jetzt durch. a wird quadriert. Also das, was vor unserem Minus steht, wird quadriert. Das ist unsere 3. Einmal quadrieren. Dann kommt das Minus. Zweimal das erste mal das zweite. Also bei uns, die 3 war das erste und der zweite Teil ist dieses 8y. Also alles, was hinter dem Minus steht. Das kommt hier rein. Dann kommt das Plus und jetzt wird der hintere Teil einfach quadriert. Also alles, was hinten steht, diese 8y, schnappen wir uns. Weil es jetzt wieder so viele Teile sind, setzen wir schöne Klammer drumherum und quadrieren das. Jetzt wird nur noch ausgerechnet. 3 zum Quadrat sind 9. 2 mal 3 sind 6. Mal 8 sind 48y. Und hier hinten hätten wir 8 zum Quadrat. 8 mal 8 sind 64. Und das y auch zum Quadrat. Das ist die zweite binomische Formel. Und die dritte binomische Formel ist sogar noch angenehmer. Da schauen wir mal ganz kurz, was wir hier haben. Einmal zwischen zwei Klammern und in den Klammern steht dasselbe. Hier steht 4x, hier steht 4x. Hier steht 5, hier steht 5. Aber hier haben wir einmal ein Plus und hier haben wir einmal ein Minus. Bedeutet für uns, okay, es steht in beiden Klammern im Grunde dasselbe, aber die Rechenzeichen sind unterschiedlich. Und das ist perfekt für die dritte binomische Formel. Die sagt nämlich jetzt, schnappt ihr das Erste und quadriere das. Also da könnt ihr euch entweder die Klammer aussuchen oder die Klammer aussuchen. Wir nehmen jetzt einfach mal das mit dem Plus. Ist egal, welche ihr nehmt. In beiden steht ja dasselbe. Also a wird quadriert. Diese 4x schnappen wir uns und die werden quadriert. Dann kommt ein Minus. Und der hintere Teil wird quadriert. Also die 5 wird quadriert. Und jetzt wird nur noch ausgerechnet. Also die ist echt angenehm. Da einfach nur a Quadrat minus b Quadrat. 4 zum Quadrat sind 16 und das x muss auch quadriert werden. Und hinten 5 zum Quadrat sind 25. Und schon haben wir die Klammer aufgelöst. Das sind die binomischen Formeln. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Falls euch das Video geholfen hat, liked es gerne. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!